So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Wir haben beim letzten Mal herausgefunden, dass der Joker Black Mask oder Sionis oder wie immer ihr ihn nennen wollt, entführt hat. Wieso, weshalb, warum, werden wir noch herausfinden. Also wir wissen es wahrscheinlich schon. Es geht nämlich darum, dass diese Person namens Joker, wir kennen die nicht, an das Geldaufbau von Black Mask ran will. Und dafür braucht ihr Leben, denn es gibt biometrische Scanner. Sei herzlich gegrüßt, Batman. Ich bin Jervis Tetsch, Erfinder, Unternehmer und Teilzeitherrenausstatter. Du fragst dich sicherlich, warum ich an dich herantrete. Nun, ich würde gerne mit dir über eine Beschäftigungsmöglichkeit reden. Wenn du dich also bei der Adresse auf der Rückseite dieser Aufnahme einfinden würdest, könnten wir... Hilfe, bitte, wenn mich jemand hört, der will... Oh, kümmere dich nicht um Alice, die arme Kleine. Sie ist etwas aus dem Häuschen, ist ja nicht ihre Schuld nach all dem, was sie durchgemacht hat. Aber bald ist sie wieder in Ordnung, keine Sorge. Besiege Jervis und rette Alice. So. Äh, was ist denn mein Hauptziel? Ach, krieg mir noch nix. Hm. Ich habe drei Bomben in den... Anarchy. Was ist das? Na? Tator, tödlicher Sturz am Jabel Plaza. Gehen wir da mal hin. Und nehmen natürlich den... Das Schnellreise-Ding. Das Schnellreise-Ding. Das Schnellreise-Ding, sieh. Versiegbare Einheit, die Status-Meldungen bitte. Ich habe hier einen möglichen Einsatz. Kann ich jetzt da hin? Hm. Oh, was ich mit dem Duff? Oh, was ich mit dem Duff? Nein. Da wird doch gerade einer grün markiert. Auf die imaginäre Kante drucken. Wieso kann ich die Schnellreise nicht benutzen? Wieso kann ich die Schnellreise nicht benutzen? Das ist voll A-A. Jetzt! Die Flederhaushuhr macht, was es auch ist. Ich hoffe, es ist weit weg von hier. Wir sind die Megale. Wir sind kleine Fische, vor allem im Vergleich mit den Killern. Ich glaube, das ist ihm egal, große oder kleine Fische. Na, komm, flieg mal rüber, Batman. Wieso kann ich diese blöde Batwing benutzen? Diese blöde Batwing. In Arkham City hat es auch geschnallt, glaube ich. Aber auch Winter. Hm. Gezebel Plaza. Oh, ist das nett. Sie wünschen sich gegenseitig frohe Weihnachten. Das ist der Herz, der dann liebst. So. Okay. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Neun Minuten. Oh, ich habe mir noch ein bisschen Zeit. Hier ist einfach mal nichts drin. Na gut. Das ist ein Anarchy-Symbol. Ist das hier die Tür? Das ist natürlich zu. Tritt es einfach ein. Sieht aus wie ein Schädel. Das ist ein Schädel. Bankaccess. Wo haben wir denn? Da ist der Störsender. Öffne... ...dich. Was ein Passwort. Öffne dich. Überall Leichen. Der Joker könnte immer noch hier sein, im Tresorraum. Ich muss vorsichtig sein. Ja. Sie sind alle tot. Aber hier spielt sich noch etwas viel Durchtriebeneres ab. Hm. Ah, da ist ein Lüftungsschacht. Hm, 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 hm. So. Ach, guck mal hier. Du glaubst wohl, du kannst einfach in meine Bank spazieren? Roman. Roman. Ich suche den Joker. Der Joker? Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Nie von ihm gehört. Was ist mit dir, Puppe? Kennst du den Joker? Den wen? Nein, han. Ja theseków, find's Fantasy 7000 Und sie ist er? Der Junker, klingelst da? Ah. Verdammter Hurensohn, du willst mich bestehlen und damit durchkommen? Du bist ein toter Mann. Tod. Ganz so nicht einfach mitspielen. Du warst es die ganze Zeit. Du hast die Killer angeheuert. Du hast Sajones Bande übernommen. Streng genommen ist es jetzt meine Bande. Oder etwa nicht, Jungs? Du hast mich. Lass sie gehen. Das Leben wäre so simpel, wenn du alles wärst, was ich will. Nein, nein, nein. Du bist nur eine klitzekleine Ablenkung. Verglichen mit dem, was ich noch vorhabe. Hier, viel Spaß dabei. Hörst du das? Klingt wie acht winzige Rehmtiere. Sie ist tot. Irgendetwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und es abschalten. Verzeihung muss eine schlechte Verbindung sein. Oder hast du wirklich gesagt, dass nachdem ich ihn angeschossen und ein Gefäude um ihn herum hochgejagt habe, die Federaus immer noch lebt? Wenn er tot wäre, wäre er hier eine Leiche. Hier ist keine Leiche. Da ich weiß, dass das unmöglich ist, gebe ich dir die Chance, deine Realität mit meiner abzugleichen. Falls dein Schmerz mehr und solch gewählte Worte nicht verarbeiten kann, wir noch einmal in Gangstersprache. Töte die Federmaus oder ich töte dich. Der Joker weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Wenn ich ihn finde, kriegt ihr so was von aufs Maul. In Ordnung, Jungs. Erster Auftrag vom Neu-Management. Killing ihn, Bledermaus. Ach, soviel zu meiner Elite-Truppe, übler Kängster. Die eigentlichen üblichen Dinge sind eure gebrochenen Schienen und waren Beine. Er hat keinen Scheiß erzählt. So. Die Federmaus. Okay, damit wird der erledigt, landen noch drei. Na komm her, will ich verhören. Gefläder Mann! Heid! Stopp! Wo will der Joker hin? Der Typ ist krank, Mann. Hat ein Viertel von Black Masks Männern ermordet, weil sie nicht machen wollten, was er sagt. Wenn du ihr Schicksal nicht teilen möchtest, rede. Er hat irgendwas vom Stahlwerk gesagt. Das gehört Sionis. Jetzt gehört es dem Joker. Und da kommst du nie im Leben rein. Behalt deine Meinung für dich. So. Alfred, such mir die Baupläne für das Stahlwerk von Sionis Industries. Der Joker hat Sionis dahin gebracht. Er wird ihn töten. Es sei denn, ich bin vor ihm da. Dieser Joker klingt gefährlich. Er hat Black Masks Geschäfte übernommen und alle ermordet, die sich ihm nicht anschließen wollten. Er hat die Killer angeheuert. Dann muss er auch hinter dem Bombenattentat auf das GCPD stecken. Du meine Güte, sollte das nicht lieber die Polizei übernehmen? Keine Chance. Er gehört mir. Und er suche das Stahlwerk. So. Wir sind gleich am Ende. Wir sind gleich am Ende. Genau, nach dem sucht ihr. Hier. Hoppala. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Drück ausschalten. du dich double x handle so machen wir kaputt stufen anstieg sehr schön den kann ich auch noch nicht machen okay aber ich würde sagen da machen wir an der stelle schon den schnitt das ist ein speziell combo battering kritischer kontakt klingt gut da piept auch das handy ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten wieder